So, da bin ich wieder und oh Wunder, oh Wunder, das Spiel ist nicht abgestürzt beim Neuladen. Ähm Und wir können uns auch wieder bewegen, alles ist gut. Haben wir unsere Ausrüstung, so wie wir sie haben wollen? Äh, ja. Okay. Gut, ja, da würde ich sagen, bevor hier noch mehr passiert, unschönes, machen wir einfach, fangen wir einfach mit unserem blöden Auftrag an. Vorher gucken wir nochmal zur Nudelmaschine. Vermeiden mit unseren Kollegen zu reden, das wird ja sonst immer nur lang. Okay, ja, nix Neues. Oh, ich gobbet. Du bist manchmal ganz lustig. Schatzi, komm. Äh, sie glänzt auf meine Trink und lockt sie aus. Äh, Pirates make this, I think it's like kind of whiskey. Oh, diesmal bist du nix am Essen, sondern am Trinken, ja, hoffentlich funktioniert das besser. I don't know where they make it from, but it tastes like salty turpentine. Okay, why are you drinking it? Äh, because I need it to drink, and the stuff kicks like a mule. I mean, it's definitely swivel, but it's powerful swivel. You want some? Äh, thanks, but no thanks. I prefer my turpentine without salt. Das ist ja richtig witty. Mensch, Gonzo, was los mit dir? Äh, few seconds later, fit of barking cuffs, shakes, äh, I'm dizzy. Ähm, answer some questions. Ist das wirklich nötig? Äh, need me to get a medic? Äh, be fine. Red can eat anything, drink anything. Okay. What do you think is a mint thing? Das interessiert mich, ehrlich gesagt, nicht. Okay, ähm, dann würde ich sagen, machen wir hier mal, dass wir wegkommen. Okay. Äh, wie kommen wir noch mal weg, indem wir zu Jomo gehen, ne? Ich glaube. Ah, ich wollte, stopp, ich wollte noch zum Quartermaster. Äh, aber der, ne, wir sind ja eigentlich, ne, eigentlich bräuchte vom Quartermaster nix. Wir haben die Panther, haben wir gemacht. Ne, das ist okay. Äh, let's finish this, take me to Taipei to facegrade. Das klingt alles nach, ziemlich nach Endgame. You sure might be one way trip. Was soll denn das heißen? Ja. Okay, du kommst mit. Du kommst nicht mit, du kommst nicht. Du kommst mit. Und Goblet kommt immer mit. Also fast immer. Und du, können wir dir. Wie kann ich dir das jetzt? Das ist. Also dieses Inventory-System ist das Schlimmste, was ich je in einem Rollenspiel erlebt habe. Aber das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also, oh, meine Fresse. You watch the Ventang drift slowly out of you as the drunken mistake bobs turbulently on dark, choppy waves. Angry rain dimples the water's surface and obscures the world around you in a haze. Before long, the warehouses appear on the horizon, great gray silhouettes looming just beyond the docks. Great-Hunter people are guarding a warehouse here. You don't know what you're going to find inside, but this is the last lead that you have to follow. If the conspiracy within the SDU is going to be stopped, it has to happen tonight in that warehouse. Q sits nearby, her fingers pressing into her temple. It's a sign of her distress, no doubt. But despite her evident discomfort, she still looks present and delet. Typo. Once a small fishing village, now encrusted with cheap industrial warehouses, grows even closer. Water rips down from the sky as you bump up against the docks. You've arrived. Okay, jetzt geht es, ne? Jetzt geht es? Geht es jetzt? Ein Spiel, wenn ich klicke, kannst du auch reagieren. Okay, dauert zwei Sekunden. Okay, dann müssen wir es noch laden. So, dann machen wir es so. Badum. Machen wir dir noch irgendwas geben. Was hast du hier denn? Was wird das nochmal? Was ist das besser? Is das besser? Es ist das? Pieces up to two armor. Rocket rounds. Nehmt mal das mit. Okay, dann wollen wir, dass du noch sowas kriegst. Und, ähm... Flashbang... Flashbang... Smoke... Smoke... Ja, Smoke wäre ganz schön, aber... Flashbang gefällt mir besser. Okay. Copy. Du brauchst keine Waffe. Ähm... Du bekommst... Auch so ein Ding. Und bekommst auch so ein Ding. Oder, was sagen wir hier an? Spells. Äh... Das? Weißt du, ein Target-System-Dimensional? Ne, das brauchen wir nicht. Das konnte man nochmal wie entfernen? Ich weiß es nicht mehr so. Ne. Das klingt doch irgendwie. Können wir dir das zweimal geben? Ja. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Die Küse ist nochmal bei five for three rounds. Das klingt gut. Okay. Gut. So, was haben wir sonst noch? Was ist das nochmal? Summon Spirit of Long-Death Sorcerer? Brauchen wir nicht. Ähm... Okay. Gonzo ist soweit ausgerüstet. Spiel. Ich habe geklickt. Okay. Gut. Du bekommst... Sowas. 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 Oh, das waren alle. Okay. Okay. Cold rain lashes your face as you take your place on the Typo Dock. The storm is loud, practically deafening. Periodic thunderclaps roar like distant cannon fire and a flash of lightning stabs at your eyes. Cue stands beside you, bracing herself against the storm. She turns to Captain Jomo, practically shouting to be heard over the howling wind. Du könntest einfach ein bisschen näher an ihn rangehen. Jomo, any chance anyone caught sight of us on the way in? You insult me. Quite stretuous pigs was blind to our approaches. Yes, we've got it. Thank you. Okay, we already know that the SDU is patrolling the area. There will probably be an errors present on Site 2. We need to be surgical in our approach. Hast du die falschen Leute engagiert? Take them from ambush if possible and kill them quickly. Okay. Kill them all. Ja, gute Mission. Einfache Mission. Kriegen wir hin. Also so ein Mission-Goal, das kriegen wir hin. Also, ob wir es hier kriegen, weiß ich nicht. Aber zumindest können wir es geistig verarbeiten, will ich damit sagen. That means that we creep ahead, not sprint. Das kann ich nicht aussuchen mir. Das ist... And if we spot them, we shoot them before they catch sight of us. Got it? Uh, don't worry about me. Are you going to be alright? I'm as good as I'm gonna be. Head still pounding like a jackhammer, but I'll manage. Ich meine, wir könnten ja einfach nicht... Bis zum Asperi probiert? We've got the element of surprise on our side. On top of that, visibility and con-reception have been shot to shit by the storm. All of these things are good for us. Yeah, just a shadow running in zero visibility weather with ice water surging around my knees and no feeling in my fingers. It's fucking great. Alright, let's do it. Lead on, Gonzo. Solltest du das nicht machen? And remember, when you see hostiles, let them shoot you. Better you than me. Take them out. If they manage to raise an alarm, you'd better believe that security personnel will flood into the warehouse and that's a complication that we don't need. Okay. Okay. Eliminated alerted enemies before they can alert crit. Okay. Optional. Das ist schon mal gut, dass das nur optional ist. Okay. Dann gucken wir erstmal nach hier. Okay, hallo. Ach, da können wir gar nicht hin. Dachte, wollt ihr hier so schlau rumschleichen? Ist nicht. Liegt da auch nichts rum. Achso, das Jomo. Ich wollte gerade sagen, danke. Was stehst du denn da rum? Aber du wirst ja gar nicht danken. Okay, hier geht's ins Helle. Das ist nicht so gut. Sehen wir irgendwen. Okay, da ist was. Hier kann ja nicht mehr allzu viel sein. Oder doch. Also so nach Warehouses. Also, naja. Sieht mir eher aus wie eine normale Einkaufsstraße hier. Halt, 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 halt. Ups. Äh. Was müssen wir jetzt nochmal machen? Äh. Uns irgendwo in Deckung begeben. Das ist keine Deckung. Stühle sind keine Deckung. Verstehe. Okay, damit hat er uns gesehen, nehme ich mal an. Äh. Äh. Spätestens jetzt haben sie uns gesehen. Okay. Äh. 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 Gut. Gobbi. Hast du da Deckung? Das ist gut. Dann mach mal. Äh. Hab ich dir Haste weggenommen, Verloder? Ne. Da ist schon ein Taste. Äh. Äh. Erwin. Du benutzt deine Technik. Und. Panther Sword Cannon. Ja, da würde ich sagen, schieß doch mal auf den Combat Mage. Das war gut. Mach das nochmal. Schock Trooper und Käpt'n. Äh. Auf den Käpt'n. Das war gut. Ähm. Du. Nimm mal das. 47 Prozent. Du willst mir sagen, du hast ziemlich schlechte Werte. Ah, da war das. Wow. Wow. Wow, das war schlecht. Guten Tag. Das war ja erharmlos. Das war auch erharmlos. Das wird jetzt, glaube ich, ziemlich schmerzhaft. Das machen wir besser nicht. Dann nehmen wir mal das hier. Okay. Du hast sie hingestellt. Denkst du, das ist eine gute Idee? Wieso haben wir das immer noch? Das habe ich gerade benutzt. Das müsste aus... Whatever. Okay. Okay. Das war gut. Spiel ganz ruhig. Da geht's weiter. Okay, dann gucken wir jetzt erstmal nach oben. Das hier ein bisschen systematisch machen. Ich meine, wir können ja auch einfach auf ihn schießen. Prüfen wir das mal aus. 74, 61. 70. Okay. Hmm. Wow, okay. Du bist wirklich ein ziemlich schlechter Schütze. Okay. So, jetzt sollten wir uns vielleicht, haben wir hier irgendwo Deckung. Das sieht nicht so aus. Das ist keine besonders gute Position. Das war gut. Okay, da sind noch mehr. Oh, okay. Okay, okay. Wir haben also ein Zeitlimit, was nicht wirklich verwundert. Okay, da haben wir einen, da haben wir einen. Da liegt was rum. Okay. 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 gut und dann holen wir mal einen Headshot bei dir natürlich nicht ok du bist Sniper das mögen wir gar nicht kommst bis hier oh shit ach du hast aber sehr große Reichweite lieber Dankkind das war nicht so schön jetzt entschuldige dich mal willst du dich nicht entschuldigen ok sehr gut kannst immer noch aber kannst nicht mehr viel machen dann gehen wir nach hier der ist schon mal ausgeschaltet wow 80% ok so richtig viel Schaden machst du nicht 91% ok 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 haben sie uns jetzt also sind sie jetzt alerted oder nicht wir werden es wahrscheinlich ein kürzer erfahren wir werden es wahrscheinlich ein kürzer erfahren irgendein premium mad kit ok 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 was haben wir da eigentlich eingesammelt ok logistic access card ok 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 nein 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 das sieht mir schon sehr mehr nach Warehouses aus Wahrscheinlich ist es hier, wo wir hinmüssen. Hier war doch irgendwo. Hier. Small Card Reader. Okay, dafür ist die Logistic Access Card. Dann nehmen wir die doch. Inside of the car is a mess. The inside of the car is a mess. The number of massive crates have been hastily disassembled. Looks like someone's unpacking something large. The back of the car single intact crates catches your eye. It's heavy industrial thing. Fabricated out of corrugated duoplast. And sealed with a series of mag locks. You don't see any sign of a panel or keyboard reader. Examine. Exploration doesn't reveal any obvious method of opening the crate. You do find a small box that has been welded to one side. However, a label on the box reads remove contents and add to control routine before activation. Okay, open. The box lid swings open. A generic black data stick sits inside. Lifting it, you find an universal data port set into the bottom. Have Isabel look at the chip. I don't know, let me see it. Yeah. It grabs the stick and slots it into a cyberdecker. Fingers clatter against the keyboard and scrolling text fills the screen of a deck's display. Okay. Looks like it's carrying a firmware upgrade for some sort of control system. I can tell you that it hasn't been applied yet. It's designed to be single use. Once you plug it into whatever it's meant to go with, the stick burns itself out. I can't tell you any more than that, I'm afraid. I'd suggest that we hang on to it just in case we bump into whatever was in those other crates. Okay. Combat control module? What? Okay. Okay. Hm. Okay. Good. Sonst noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Es ist richtig ein bisschen Exploration nötig hier, sondern es ist was Neues. Kommt mal bitte mit hier. Nein. Das ist nur der eine. Okay. Okay, die beiden da zusammen, das passt sich ja eigentlich ganz gut. Also, wir treffen nur einen, ja klar. Sieht ja nur so aus, als sei es eine exklusive Wumme. Also, als würde das explodieren, das Projektil. Du mach mal, ja, Channel Taste. Und dann Flush Target. Geht natürlich nicht, weil du keinen davon sehen kannst, selbstverständlich. Dann mach mal... Also, der Quark kannst du nicht mehr. Dann mach mal Aim auf... Und so. So, ganz so kann ich jetzt richtig gut zielen und... Äh, nee. Kein Head... Mit der Panther macht man keinen Headshot. Das ist nicht schön. Schlingel lebt noch. Äh... Okay. Du könntest mal... Ball Lightning machen. Das müsste ja wahrscheinlich beide... Ja. War aber lieb, dass du es versucht hast. Ähm... Äh... Mercy Kill auf den. Und... Den Laser ins Gesicht. Für acht Punkte. Okay. Könnte nicht irgendwer noch... Irgendwen... Äh... Captain... Ja, da müssen wir mit rechnen, dass der einen bescheuerten... äh... Fangarm hat. Äh... Okay, ein... Also... Ja. Ich denke, mit einem Schadenspunkt können wir jetzt mal leben. Also... Ich möchte mal kurz erwähnen, wir haben jetzt schon dreimal mit einer Panther-Sturm-Kanone auf diesen Kollegen hier geschossen. Also... Genau genommen glaube ich, eine Runde vorher auch schon einmal. Also der hält eine Menge aus, will ich damit sagen. War lieber, Mann. Okay, das sieht so aus, als sei das wichtig da. Kommen wir hier hin. Halt, 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 nicht so schnell, Freundchen. Okay. 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 Da ist niemand. Hier haben wir die gekillt, ne? Ja. Okay, wir machen ganz guten Geländegewinn hier. Und ich hätte ja auch einfach mal dahin gucken müssen, wo wir hin müssen. Da müssen wir hin. Okay, ui, da ist noch ein ganz schönes Stück. Okay, da sind bestimmt wieder welche drin. Na? Na? Pisser schleichen kann ich nicht. Kommt zu, du hast doch Cyber-Augen. Mach doch mal... Aha, okay. Night-Event-Guard. Ja, ich würde sagen, um die kümmern wir uns beim nächsten Mal. Und dann werden wir hier noch ein bisschen weiter morden durch die Gassen ziehen. Ja, da würde ich sagen, sehen wir uns da wieder mit mehr Shadow-One Shadows auf Hongkong. Also, bis dahin. Tschüss.